Dann direkt die erste Arena-Runde, und... Let's go! Spechtel sagt nein! Spechtel sagt nein! Okay, wir müssen das Video jetzt abbrechen, Spechtel sagt nein! Tschüss! Ja! Wait, what? Ja, da sind wir direkt bei Tashimara dabei! Ich bin jetzt in der Mission, ja, tatsächlich. Ja, ja, aber du kannst nur noch in der Mission auch mitmachen. Echt? Krass, ich probier's. Krass... Ja, ich will gerade sagen, bei dich nicht! Wir hatten heute den Zug mitten im Arbeitskollegen, der noch keine Freunde hat, weil er sich gerade aktuell auf seine Arbeit konzentriert und deswegen... I'm sick like a prick. Weeeey, warum kann er dich streicheln? Puh, was bist'n du? Äh, warte mal, ich hab dafür sogar mittlerweile was. Ne, das war ich das. Wir haben heute auf der Arbeit voll für Layla gesungen, weil zufälligerweise richtig random Arbeitskollegen angefangen hat. Hier. Meine Fressen. Vielleicht nochmal was kommt, Layton, Bro. Wäre ganz toll. Ja, ja. Ja, ja. Bin hier gleich mal still. Schlechtel, komplett überfordert. Ähm, in die Mitte. Weeeey, what. Junge, wer kann das eigentlich sein, dass es die Spieße rotz ist? Ja, ich warte mal auf dich dir, ne? Du kannst mal anders stehen, du. Und wie kann ich die denn hier... Okay, what? Ich zeig mal her, was du meinst. Ah, guck mal, das ist doch ganz einfach. Es ist doch ganz einfach, hier rauszukommen. So, und jetzt bitte nicht in das Wasser fallen, sondern hier lang. Ok, und dann. Ich hab's gebrochen. Ich hab's gebrochen müssen. Ähm. Wir müssen noch mal ins Wasser, glaube ich. Doch, wir müssen, wir müssen. Du springst einfach ins Wasser rein. Ach ne, was können jetzt? Dann einfach nach oben gucken und dann nach vorne bringen. Ok. Jetzt geben wir uns hier in den Raum rein. Super. Diese Connection ist einfach ein Witz, Bro. Ich hab den Glock und wieder hier rein. Komm, wir müssen also schaffen das. Du musst einfach nur gucken, wo du hin willst. Bist du jetzt wieder in Wasser oder nicht? Hey, ich hab' ein Film. Oh, dann kommt nächstes Leder so weiter, Alter. Ok, doch nochmal hier oben raus, über die Klappe. Ach ja, mit seinem Monster. Man kennt's. Das ist so ein typischer Jan-Ruf. Erstmal Monster. Ich hab' die Klappe. Wie können wir lang? Ob das jetzt so richtig ist, sei mal dahingestellt. Oh mein Gott. Komm' ich auf jeden Fall nicht her. ... ... Seh mal, da ist dann der Gwinn doch wieder. ... ... jungen ist denn das nicht mehr Ich habe einen Schwer-Fürger und ich habe einen Schwer-Fürger. Schau mal wie dein Hund am Zappeln ist. Verdammt! Der arme Hund ist nicht so recht zu wendigen. Was ist das nicht so recht zu wendigen? 1, 2, 3. Jetzt bitte doch mal. 1, 2, 3. Danke. Was ist das? Ich weiß, du bist stumpf, ich weiß, du bist versaut, aber tschüss. Was ist das? So flachhaft. Junge, auf einmal ist meine Waffe stuck und ich stehe 10 Meter weiter vorne. Entschuldigung. Erfahrungspunkte aufgeben. Du schuldest mir was. Ehrlich. Weil ich für dich Erfahrungspunkte aufgeben musste. Das kann ich schon wieder kein Meisterschaftslevel machen. Ich bin eine Stufe 23 Einheit, was soll denn der Kalk? Wo hängst denn du da fest? Äh, was ist denn jetzt? Wir sind schon fertig. Hallo. Äh, was soll denn das? Haben wir nicht schon mal drüber gesprochen, dass das nicht geht? Mensch, 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 ich hätte wirklich nicht mehr von dir erwartet. Oh, der ist am Boden. Was ist denn? Darf ich vielleicht auch mal irgendwas machen, wo die Scheiß auch Connected? Soll ich den Gaufen wieder hoch holen? Das ist dann ganz grün, ist am Boden. Doch, der war am Boden. Ich kann doch lesen. Das seh ich, ne? Ah, die Schuhe überhaupt. Aus irgendeinem Grund haben wir gewonnen. Ich weiß echt nicht wieso. Bei mir hat nix genutzt. Was für eine Kletter wiederbeleben? Er blutet schon wieder aus, dein Hund. Ja. Wie soll ich den Hund die ganze Zeit sterben? Wie soll ich den Hund die ganze Zeit sterben? Oh Gott. Ja, genau. It's Pensive. Max Level. Bandage. Keine Ahnung. Der Kuckuckuck. Der Kuckuckuck. Wir können durch. 2 In der 9 2 6 8 7 8 bro die ist das ist noch genau die gleiche kräftig stimmte mal von anziehen das ding ist ich dachte gerade es werden die gleiche weil ich die jahr zu scheiß loskiss nicht unterscheiden kann mein gott hofft euch doch mal skins dann kann ich wenigstens unterscheiden ihr schlägt und je so muss potenziell ein maßgefährte die wappen dieser klin die top-knoten er mit dem jahr das ist mir scheißegal für mich ist das nicht viel Geld die 60 Euro pisst da die 80 Euro pisst dich Junge ja so ist es ich habe in den letzten zwei Tagen auf dem Wiesnfest direkt mal 200 Euro aber ich kann nicht mehr nur so oder 80 für uns gab er hat er weiß dass es so besitzt da ich habe ich hatte es die Redaktivität Prozent und den drücken wir übernehmen Uwe Mieter das ist ein paar ich sage ich sage ich sage es nicht dass ich sie ich habe keine Spitzen du Arschgege warum willst du das Wissen eigentlich? Stalkst du mich beim Duschen oder was? Hast du noch nie die Kamerabe merkt in deinem Badezimmer? noch nicht aber es ist mir scheißegal hey jetzt kriege ich so einen Brief von der Staatsanwaltschaft sie werden vermutet für Spionage zu betreiben oder? ja ich würde mit Fabi Geld verdienen oh es gibt wirklich es gibt wait what? es gibt wirklich Webseiten den Typen kenn ich doch da hast du einfach Kameras in deiner Wohnung so acht Stück oder so von in jedem Raum eine und zeigst dein normales Familienleben ja und dass ich ein Familienleben besitze ja wer guckt sich denn sowas an? die Leute einfach nur leben Digga ja da Token Chicho Mensch ich werde hier vor ist wie er soll ich nicht dauerhaft den Boxer ich bin nur in Boxer-Sloch zu sind die ganze Zeit Prozent und immer nicht bei mir wäre das ziemlich Chantra ich weiß so wie ich mich sehr viel Boxer Schultz Naja ich bin wirklich nur ein Boxer Schultz aktuell er ist nur richtiger na ja andererseits bei mir kann man das auch machen und daher ich bin und ich bin da oben verletzt müssen wir jetzt mal abholen das kommt jetzt hier untergesprungen m hell und wieder einfach voll Splitterfaser Letztro innen wieder die Tata sie ist ein Tag Prozent in der Karte ein paar seine Mitbewohnerin Naja der Wettbewerb bringen auch nicht so schlimm so ist es ja nicht doch 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 was so es so herzlich bist du So hässlich bist du ja nicht! Gott verdammt, Alter, was verstehst du? So hässlich! Oha, Freundchen! Du kleines Modepüppchen da, du! Oh! Du kleines Modepüppchen! Boi, Junge, geil! Ja, das war gut! Eiger Schöne! Julio, das ist es ja schon! Julio! Wutja! 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 Da fängt die Direktramarie gewohnt! Ja! Das sind wir uns durchsichtig! nicht aber herr aus unserer dominanten die die frau sind wir mittlerweile alles halb so will der frage wusste ja das das nicht ja das ist nicht alles wie sie hast du dich gehört das stimmt wohl sie ist unser hauptziel glaube ich freundchen so richtig out of context auf mich bezogen irgendwo aus dem nirgendwo du bist unser hauptziel freundchen mir sagt es nicht ich bin gerade auf dem film hat er jetzt gerade ernsthaft gemiaut nein hat er nicht das hast du dir nur eingebildet da hier 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 Ich bin nicht so schön wie ein Pringl. Oh ja. Oh, du singst du dich. Oh, du singst du dich. da auch uns haben wir so den Moment, da fängt entweder Miko oder ich richtig random to sing an und dadurch, dass wir viele Songs kennen, singen wir da einfach mit yeah aber das eine Mal wollte ich machen und er hatte einfach absolut keinen Bock mehr, weil er keine Energie hatte ich bin ab zu ich hab für einiges im Moment keine Energie mehr oh, okay, sorry Mirage that's my boy Mirage, let's have some fun my friends Mirage bin einfach eins zu eins ich oh yeah we got a job to do so shit your carcass was, so shit your carcass, okay Fabi ja was ist zwischen dir und Philip los äh, warum nein, hätte ich, dass ich wüsste also wenn ich der Philip dann macht ja äh 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 auch nicht also ich weiß von nichts der fühlt sich momentan so als hättest du gar keinen bock mehr auf dem weil du willst du auch nicht mehr antworten oder alles ich habe doch nicht schrieben wie soll ich antworten bro